Pfingsten ist ein sehr wichtiger Feiertag für die Christen, denn es ist der Tag, an dem der Heilige Geist auf die Jünger von Jesus herabgekommen ist. Der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, den wir mit unseren Augen nicht sehen können. Wir können ihn aber spüren. Er gibt uns Mut und Kraft, um gute Dinge zu tun und uns selbst und anderen zu helfen. Man kann sich den Heiligen Geist wie einen guten Freund vorstellen, der immer bei uns ist und uns auf gute Ideen bringt, die wir ohne ihn vielleicht nie gehabt hätten. Die Geschichte von Pfingsten passierte kurz nach der Kreuzigung von Jesus. Die Jünger waren sehr traurig, weil ihr Freund und Lehrer Jesus gestorben war. Sie wussten nicht, was sie ohne Jesus tun sollten. Aber dann passierte etwas Wunderbares. Am Pfingsttag waren alle Jünger in einem Haus versammelt. Plötzlich hörten sie lautes Rauschen. So ähnlich wie von einem heftigen Sturm. Und sie sahen Feuerzungen. Auf jeden von ihnen legte sich eine dieser Feuerzungen. So heißt es in der Bibel. Das war aber zum Glück kein echtes Feuer. Die Jünger haben sich also nicht verbrannt oder wehgetan. Aber diese Feuerzungen waren eine Art Zeichen dafür, dass etwas Besonderes passiert ist. Dass in den Jüngern etwas entzündet wurde. Wie durch ein Wunder konnten die Jünger auf einmal in vielen unterschiedlichen Sprachen sprechen. Das war unglaublich. Jeder von ihnen verstand den anderen, obwohl sie nicht dieselbe Sprache hatten. Als die Leute in Jerusalem davon hörten, waren sie erstaunt und fragten sich, was das zu bedeuten hatte. Petrus, einer der Jünger, erklärte es ihnen. Petrus sagte, dass das der Heilige Geist sei, der auf sie herabgekommen war. Durch den Heiligen Geist hatte Gott die Jünger mutig und stark gemacht. Damit sie die Botschaft von Jesus Christus in die Welt tragen. Durch die vielen Sprachen konnten die Jünger jetzt nämlich allen Menschen von Jesus und seinen Taten erzählen. Und das machten sie auch. Sie waren voller Freude und Mut. Und auch viele Menschen waren davon begeistert. Sie ließen sich taufen und wurden Christen. Und so hat sich die Botschaft von Jesus weiterverbreitet. Bis in unsere heutige Zeit. Deshalb feiern wir an Pfingsten sozusagen den Geburtstag der Kirche. Pfingsten erinnert uns daran, dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt, den Glauben an Gott und Jesus weiterzugeben.